In Polen erreicht die Hochwasserwelle die niederschlesische Stadt Breslau. Der Wasserstand an der Messstation Tresno beträgt 6,31 Meter. Der Leiter des Meteorologischen Instituts sieht eine Stabilisierung, erwartet jedoch, dass sich der Pegelstand von 6,30 bis 6,40 Meter länger hält. Normal liegt der Wasserstand bei etwas über drei Metern. Die Flutwelle ist niedriger als das Oder-Hochwasser 1997, das 7,24 Meter erreichte. Regierungschef Donald Tusk warnt jedoch davor, die Situation zu unterschätzen. Es sei zu früh, um Entwarnung zu geben. Bundeskanzler Karl Nehammer reist zu einem Hochwassergipfel nach Polen, um über Schutzmaßnahmen und den Wiederaufbau zu beraten. In einigen Hochwassergebieten Deutschlands steigen die Flüsse weiter an. In Dresden reicht die Elbe über 6 Meter. Der Hochwasserscheitel wird in Dresden und schöner erwartet. Entwarnung gibt es entlang anderer Flüsse im Osten und Süden Deutschlands. In Brandenburg könnte die Oder in den nächsten Tagen mehr Wasser führen. In den Hochwassergebieten von Polen über Tschechien bis Österreich laufen die Aufräumarbeiten. Doch die Lage entspannt sich nur langsam. Einsatzkräfte kämpfen mit den Wassermassen, unterstützt von Soldaten in Polen und Tschechien. Bisher starben mehr als 20 Menschen in Mittel- und Osteuropa. Ein Wirbelsturm und Regenfälle in der norditalienischen Region Emilia-Romagna verursachen Überschwemmungen und Erdrutsche. Besonders betroffen sind die Provinzen Bologna, Forli, Cesena, Ravenna und Rimini. Mehr als 1000 Menschen werden in der Region Emilia-Romagna evakuiert und verbringen die Nacht in Aufnahmezentren.